Das kommt uns wohl allen mehr als merkwürdig vor. Wer bitte fällt mit dem Auto unter die Erde? Mal überlegen. Vielleicht jemand, der nicht will, dass man ihm fällt. Nur ein Tipp. Klugscheißer. Wir haben wohl direkt in die alten Versorgungstunnel gebohrt. Hey, hier drüben. Los. Da sollten wir uns durchquetschen können. Glaube ich. Nachgehen, Mademoiselle. Aber das gibt's doch nicht. Was? Hey Mann, hab ich einen Rockern oder was? Mach einfach hin, Kumpel. Alles klar da hinten? Ja, ja, ja. Ich bin nur nicht so gern in engen Räumen, weißt du? Ja, beweg dich einfach. Oh, was für ein Glück. Danke, Frau Oberin. Wie dumm kann man denn bloß sein. Was war das? Ich sehe sie! Was war das? Oh. 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 Ja, sehr gut. Okay. Oh. 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 Der Tunnel ist unter uns. Zumindest stimmt die Richtung noch. Oh. Das ist ganz schön tief. Vorsicht, jetzt rutsche ich. Was ist denn noch mehr? Roger. Das ist ein bisschen näher dran. In dein Kuh. Das hätte ich besser laufen können. Das ist ein bisschen nicht. Ah! Mit dir, Katha, Hilfe mal. Klar, hab dich gut. Okay, bereit? Ziehen. Okay, Charlie, na los. Da ist der Tunnel wieder. Da sehen Sie tief runter, da brechen wir aus die Knarren. Hier runter. Hier runter. Was zur Hölle? Äh, Charlie, wer zum Teufel sind diese Leute? Weiß nicht, Mann. Aber wer auch immer die sind, sie sind nicht ganz dicht. Diese Schmiedearbeit. Viktorianisch oder vielleicht älter. Mann, das Zeug rostet seit einem Jahrhundert. Vielleicht können wir hier durch. Das kriegen wir nicht vom Fleck. Sicher nicht. Ihr wartet. Da oben ist ein Gegengewicht. Ist wohl verkeilt. Einer sollte hochklettern und es irgendwie lösen. Gute Idee. Wer wohl? Mist. 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 Ich bin aus. Sind wir sie nicht, die Krise ist. Das ist so, ich bin aus. Ich bin aus. Ich bin aus. Okay, fast geschafft. Das sollte klappen. Ja, lass dir Zeit. Okay. Wo sind wir denn hier gelandet? Oh shit, runter! Ja. Ja. Gut gezielt. Vielen Dank für die Hilfe. Hey, da ist Malos Auto. Okay. Ab hier, keine Waffen mehr. Hände hoch! Oh Mann, wir sind wohl irgendwo falsch abgebogen. Ja. Ist das King's Cross? Stehen bleiben! Hey, du verstehst was falsch. Wir sind aus Cleveland. Ja. Oh, toll gemacht. Guter Junge. Verdammt. Verdammt. Wo sind wir denn hier gelandet? Sowas hab ich noch nie gesehen. Eine Art Bahnhof oder sowas. Ja, ja. Das Ding ist bestimmt 200 Jahre alt. Mann. Immer wenn man glaubt, seltsamer wird's nicht. Psst. Zurück. Erledige sie. Leise. Gut gemacht, Janos. Na los. Die sind sicher hier durch. Und das wird seltsamer. Wow. Dieses Mauerwerk. Wahrscheinlich Tudor. Sechzehntes Jahrhundert. Nach oben. Weißer, Nate. Hey, hier drüben. Nein, 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 nein. Im Ernst. Wer sind diese Leute? Ihre Entschuldigungen interessieren mich nicht. Er war ein Risiko und sie wussten das. Ja, es ist bedauerlich. Nicht bedauerlich. Schlämpig. Ihr Fehlurteil hätte uns alles kosten können. 400 Jahre der Suche. Endlich. Drakes Geheimnis wird enthüllt. Was soll das? Das versteh ich nicht. Eine Fälschung. Was? Unmöglich. Ich hab ihn selbst geprüft. Das ist nicht der Ring. Ach was. Ich hatte ihn in der Hand. Er hat ihn sich um den Hals gelegt. Das ergibt keinen Sinn. Wir wurden getäuscht. Cutter. Aha. Auf die Posten, Männer. Und Augen auf. Vielleicht ist man uns gefolgt. Ihr kommt mit uns. Findet sie und bringt mir den Ring. Wie ihr das macht, ist mir egal. Wie ihr das macht, ist mir egal. Wie ihr das macht, ist mir egal. Werden das mal aufpassen will. Ah! Na, die haben aber ordentlich was am Laufen hier. Seht euch den ganzen Kram an. Hey, komm schon. Wir haben keine Zeit für sowas. Ja. Ja. Was soll das? Mein Gott, weißt du, was das ist? Ist ein Buch. Da sind noch mehr. Das ist eine Bibliothek. Nicht irgendein Buchklugscheißer. Gehörte T.E. Lawrence. Lawrence von Arabien? Ja, ja, ja. Ich weiß, wer das ist. Verschickt aus Dorset, genau an dem Tag seines Motorradunfalls. 13. Mai 1935. Sie haben ihn getötet, als sie es hatten. Sie? Ja, sie. Sie. Die, wer immer diese Leute sind. Ach komm, was für ein Unsinn. Das war ein Unfall. Ein schwarzes Auto soll ihn abgedrängt haben. Leute. Oh, dann war das also eine Verschwörung. Vielleicht. Nate. Was? Das Ding. Darauf hast du 20 Jahre gewartet. Klar. Ja. Okay. Na dann los. L. O. H. D. N. Hä. Was denn? Oh, es heißt... Long Hidden. Was? Shh. Wirklich? Long Hidden? Soll das ein Witz sein? Sei mir nicht böse, Mann, aber dein Vorfall war ein verdammtes Arschloch. Halt die Klappe. Es ist ein Anagramm. Golden Hint. Die Golden Hint. Drakes Schiff? Ja. Ein Hinweis. Irgendwas ist versteckt in diesem Raum. Verteilen wir uns. Wir müssen es finden. Wonach suchen wir überhaupt? Die Golden Hint. Das könnte ein Modell oder Gemälde sein. Warum glaubst du, dass sie hier ist? Sie muss hier sein. Na, sie könnte natürlich auch in der Buckland Abbey sein. Was? Buckland Abbey. Ein Ort, an dem du noch nie warst. Weiter. Er ist ein Stuhl, der aus dem Holz seines Schiffs gemacht ist. Ah! 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 Shit, das ist ne Falle! Sie sind hier in Deckung! Ah! 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 Untertitelung. BR 2018 Ich brauche Hilfe! Verliert ihr nicht! Shit! Die sind überall! Jetzt wird er da jetzt ab! Auf Deckung! Er packt du! Wir müssen hier verschwinden, Nate! Lauft einfach weiter! Wir finden einen Ausgang! Lauf! Lauf! All right. 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 Hey, there's the lighter. All right. 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 Okay. All right. All right. All right. Okay. All right. All right. Also das mit dem grenzenlosen Reichtum klingt gut. Und du meinst, Elisabeth und die haben Drake hingeschickt. Oh, ja. Noch wichtiger ist, dass Malo danach sucht. Also, warte, wenn Drake von der Queen beauftragt wurde, diesen Ort zu finden, wieso die Geheimhaltung? Es sieht doch so aus, als habe er alles daran gesetzt, sämtliche Funde zu verstecken. Und das sogar vor ihrer Majestät. Ich weiß nicht. Oh, sorry. Was war das? Arnold, warte mal einen Moment. Falls du dich erinnerst, als wir das letzte Mal um die halbe Welt gereist sind, um eine verschollene Stadt zu finden, wurde es ziemlich brenzlig. Ja, aber diesmal sind wir im Vorteil. Ich mein, Drake wusste nur die eine Hälfte. Und Lawrence die andere. Wir wissen alles. Und Malo weiß gar nichts. Gibt nur ein Problem. Die Rupal-Carli-Wiste. 600 Meilen Durchmesser. Sogar die Beduinen laufen außen rum. Und selbst wenn wir wüssten, wo sie ist, was nicht der Fall ist, würden wir sterben, bevor wir sie finden. Guckt mal langsam. Seht ihr die Symbole hier? Ja. Sieht zabeisch aus. Das ist zabeisch. Genau. Die Kreuzritter haben vor tausend Jahren nach der gleichen verschollenen Stadt gesucht. Von allen Orten, die Lawrence dokumentiert hat, sind nur zwei mit diesen Symbolen markiert. Einer in Syrien, der andere in Frankreich. Oh. Nein, ihr zwei geht nach Syrien. Wir nach Frankreich. Wenn wir diesen Hinweisen folgen, finden wir Lawrence' verschollene Stadt. Das weiß ich. Und was dann? Wie kommen wir durch eine 600 Meilen lange glühend heiße Wüste? Hm. Sie liegt in der Mitte der Wüste. Also eigentlich sind's nur 300 Meilen. Oh. Ach, keine Ahnung. Wir kriegen das hin. Kommt Zeit, kommt Rat. Ganz einfach, was? Genau. Was sagt ihr? Ach, was soll's. Bin dabei. Boah, wie hast du bloß diesen Gestank ertragen. Man gewöhnt sich dran. Wie an alles. Was zum Teufel ist das? Sag's nicht. Sieht aus, als müssten wir den Rest zu Fuß gehen. Was? Nur du findest selbst mitten in Frankreich noch nen Jummel. Tja, das ist jedenfalls die richtige Richtung. Das Schloss sollte dort sein. Ist nicht weit. Nur los. Ja.